Guten Morgen Leute, heute sind wir zweiter Angeltag in Dänemark. Rodekro Fiskenpark mit meinem Schwiegervater. Wir haben heute den dritten See ausgewählt. Am ersten Tag geangelt, habe ich zwei Stück und vier Stück dicke Fische hier. Also viel Spaß bei Schauen. Schwerter zum Schwerter zum Schwerter. Das ist ein großartiger. Du hast ihn schon gesehen? Ja. Du kannst ihn etwas weit weg, um zu überwinden. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Big fish Big fish gefangen Big fish Big fish Yeah Big fish Little fish Little fish Big fish Big fish Big fish Nein, alles gut. Nein, alles gut. Ja, es ist gut. Die hat schon bei jemandem abgerissen. Hier ist Vorfach. Mit deinem Vorfach. Ja, es ist gut. Ja, es ist gut. Es ist sehr schwer. Die sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mit mir 10 Angler. Bis jetzt habe ich als erster nur eine gefangen. Läuft sehr, sehr schwer. Ich habe jetzt alle Schichten von Wasser ausprobiert, oben, unten. Die kommen hoch, springen und dann gehen die anscheinend wieder runter. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall schwer. Auch Silikon ausprobiert, schon an den Ufer entlang gezogen. Es gibt hier welche, die stehen. Aber nichts. Naja, werden wir weiterprobieren. Das ist auf jeden Fall. 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 Das war's für heute. Das ist nicht so stark. Endlich mal ein Biss. Drei Stunden erste Biss. Drei Stunden. Drei Stunden. Drei Stunden. Drei Stunden. Drei Stunden. Drei Stunden lang auf Roni. 1,2 Gramm. Ohne wiederhacken. Endlich mal. Juhu. Oooh. Ohne wiederhacken. Houh. Oh Oh Endlich mal Nach 3 Stunden Erster Fisch Ist ja so schlimm Riesensee Schwierig was zu fangen Angeworfen Angeworfen Ist die Dicke Die ist ein paar Kilo mehr Gut All right Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Die will nicht aufgeben. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Yes. Dicke lady. Dicke lady, komplett umgewickelt. Da ist die gute. Deswegen hat's regnen. Vielleicht gibt's Lifebees. Wir waren jetzt auf drei Seen. Jetzt Rodeco hier. Dann waren wir Bagger, irgendwas Baggersee. Da war gar nichts. Da waren die alle in der Mitte. Da könntest du nur mit Riesenbombarde rauskommen. Das Pool ging gar nicht. Dann sind wir hierher gekommen. Ich hab jetzt drei Stück gefangen. Und gestern Abend haben wir hier zwei gefahren, haben wir nur zwei Stunden gebucht. Das Problem ist, wir haben ein Haus gemietet und alle sehen, wir liegen ziemlich weit von unserem Haus. Die Frau wollte. Blick, Meeresblick. Naja. Egal. Morgen machen wir Pause einen Tag. Juli. Ja. Das ist wie jäts gut, die 5 Stück, ab lidt großartig. Die Frau alles haben. Das ist wie jetzt ganz schön. Du bist nicht echt so, wir sind mit dem Achse. Altahade Gnome Viede Deka Viede Deka Filiac, einen großen Balsch bringe ich. Grosser. Das ist ja so. Ich werde es dir sagen. Du kannst es in die Wasser geben. Geh mal. Du kannst es in die Wasser geben. Du kannst es in die Wasser geben. Ja, in die Wasser geben. Geh unter den Gitarren. Ich werde jetzt nach oben aufstehen, und dann... Er will noch nicht mehr. Das ist doch alles. Warte, warte Warte, 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 warte Warte, warte, warte Wenn der Kopf oben hat Das ist der Platz. Das ist der Schleger. Dann gehen wir auf die Falt. Schöne. Mach eine Fotos. Wow! Wow! Ich denke vier Kilo wird es sein, so blüht es ein bisschen, tut mir leid. Denimark, Baby!